Dieses zu erwerbende modernisierte Elfzimmermehr-Familienhaus liegt im Kreis Düren. Die im Jahr 1975 erbaute Immobilie verfügt über zwei Etagen. Sie wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über eine Einliegerwohnung und einen Garagenparkplatz. Es hat acht Schlafzimmer und drei Badezimmer. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1632 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 288 Quadratmetern. Das Objekt steht für 269.900 Euro zum Verkauf. Gern beantworten wir Ihre Fragen. Kontaktieren Sie uns. Gern beantworten Sie uns. Die Ausstattung brinchen.